Eins vorweg, Queen Elizabeth. Geht es gut, Ihr Besuch Deutschland vom 23. bis 26. Juni wird wie geplant stattfinden. An diesem Mittwoch begab sich die 89-jährige Monarchin zur Untersuchung in das King Edward V. Hospital in London, ein lange geplanter Gesundheitskeck, der nichts Auffälliges erbrachte. Gleichzeitig setzte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt BBC, von den Briten liebevoll ironisch alte Tante genannt, einen Weht ab, die Königin sei erkrankt und in eine Klinik gebracht worden. Die Twitter-Meldung verbreitete sich in Windeseile und sorgte für helle Aufregung. Im Netz wurde wild über den Gesundheitszustand der Königin spekuliert. Um Gerüchten entgegenzutreten, bestätigte der Buckingham-Palast in einem ungewöhnlichen Schritt, dass die Queen tatsächlich im Krankenhaus gewesen sei, aber eben nur zu ihrem jährlichen Gesundheitscheck. Elizabeth habe das Hospital bereits wieder verlassen, hieß es in einer Erklärung. Und auch die BBC meldete sich. Etwas kleinlaut erklärte der Sender, die Twitter-Meldung sei während einer Übung für den Ernstfall an die Öffentlichkeit gelangt, Während einer technischen Übung für einen Nachruf wurden irrtümlicherweise Dways vom Akko und der BBC-Journalistin Amen Kavaya versendet, die besagten, dass ein Mitglied der königlichen Familie erkrankt sei, erklärte die BBC. Die Dways wurden schnell gelöscht und wir bitten für jegliches Ärgernis um Entschuldigung. Die Journalistin witterte, falscher Alarm, habe die früheren Dways gelöscht. Und gab zugleich eine andere Darstellung des Vorfalls als ihr Arbeitgeber, Telefon unbewacht zu Hause gelassen. Alberner Streich, Entschuldigung für die Aufregung.